Nach zehn Jahren falscher Tatsachenberichte, Halbwahrheiten und Lügen, kommt endlich die ganze Wahrheit ans Licht. Ich, Klaus Ulscht, habe die Berliner Mauer geöffnet. In einer Zeit, in der man ständig unter Beobachtung stand, hast du wieder dran rumgespielt, wo es nur eine Lieblingsfarbe gab. Rot ist unsere Lieblingsfarbe, deshalb sind die guten Länder rot, die heißen sozialistisch. Und gab es nur noch ganz, ganz wenige Helden. Unterschreiben reicht nicht, dafür muss man kämpfen. Ich war zwar nicht gerade ein Frauenheld. Manche, die zu uns kommen, wollen nur so sein wie James Bond. Wer ist denn das? Oder ein Staatsheld. Wieder eine Sekretärin von der NATO übergemacht. Aber ich dachte, ich könnte etwas verändern. Jetzt ist Papier alle. Nehm doch die Rückseite. Jede leere Seite ist ein potenzielles Flugblatt. Ich bin bei der Staatssicherheit. Und dann habe ich die Berliner Mauer geöffnet. Ich bin bei der Wachstum, am lieblenden Wachstum. Vielen Dank.